Und vielleicht meint der Köln halt so, weil es ne Stadt ist und meint halt die anderen, zwei anderen Städte und dann halt den Dom, weisch. Dass man daraus ein Dreierwort machen kann, deswegen hat er vielleicht Köln genommen, aber ich weiß nicht, ob ihr seht. Ich hab nix verstanden. Also dadurch, dass ich, also. Ja, dann scheiß drauf. Da war's doch, da war's. Lieber von euch, bock auf ein gut und günstig Erdbeer. Sag doch, ich hab nix verstanden. Ich glaube, er meint die zwei Städte. Der raucht ein bisschen, aber so zwei.